Super Ritchie! Super Ritchie, hilf dich wieder! Super Super Ritchie! Ey, warst du? War ich letztens auf den Geburtstagsparty von mein Kumpel Dino eingeladen, ne? Die Mama von Dino hatte was geplant, ne? Sie so, Dino, ihr musstet mal was anderes machen auf deiner Party, wo euch die Polizei nicht wieder von den Tanken nach Hause fährt, sondern wo ihr vielleicht noch was lernen tut. Ich bringe euch jetzt zu einem Escape Room, da werdet ihr eingeschließt und dann müsst ihr ein Rätsel lösen, wenn ihr da wieder raus wiltet, ne? Und Dino so, ey Mutter, ich hab Geburtstag und kein Hausarrest, ne? Aber Mama Dino hat uns dann trotzdem da hingebringt zu den Escape Roomen, ne? Stand draußen durch ein Schild, findet einen Weg raus, ne? Ey, da haben die uns da eingeschließt und dann sollten wir auf einmal Rätsel lösen, ne? Ich so, ey Dino, das ist voll wie im Altersheim hier drin, ey! Eingeschlossen und so Doku lösen! Und Dino so, Ritchie, ich hatte eine mega Idee! Ey, wir angefangen die Wände anzumalen, so die Wände an die Wand, ne? So schön mit dem fetten Kuli, so Ritsch, Ratsch, Ritsch, Ratsch, ne? So ein richtiges Mean Graffiti. Plötzlich kommt der Chef von dem Escape Room und flippt total aus, ne? Ey, seid ihr bescheuert? Sofort raus hier, ne? Und dann waren wir wieder draußen aus dem Panic Room. Ey, Conclusion, ne? Rätsel lösen? Mega einfach! Ey, lach nicht! Sonst holt er seine Brüder! Ja, ist so!